Kommen wir zum Trikot, das vorgestellt wurde, das neue Trikot. Es gab wieder keine Leaks. Wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass das eigentlich ganz gut läuft bei Jaco. Also man erfährt dann wirklich auch erst am Vorstellungstag, wie das Trikot aussieht. Und jetzt, bevor wir jetzt detailliert drauf eingehen, Sebastian, erstmal so, was war dein erster Eindruck, als du das Trikot gesehen hast? Hat es dir gefallen oder eher nicht so? Eher nicht so. Was hat dich gestört? Mich hat gestört, der... Nee, es ist so. Also du, der Vorstandsvorsitzende, hat gesagt, durch sein dynamisches Design passt unser neues Heimtrikot perfekt zu unserer jungen und offensiv ausgerichteten Mannschaft. Also besser könnte es keinen Werbetexter texten, oder? Natürlich. Und beliebiger auch nicht. Ich lasse mir noch die schwarzen Elemente auch am Kragen gefallen und vielleicht sogar an Ärmeln. Aber an diesem Brustring, das ist jetzt gar nicht dogmatisch gemeint, dass ich meine, da darf nichts dranhängen. Aber ich finde, das brauchst du nicht. Also guck dir das Design an, denk dir das schwarz am Brustring weg und das Trikot wird nicht schlechter, sondern es wird aus meiner Sicht eher besser. Und ich finde den Brustring auch ein bisschen zu schmal. Und dann ist das Mercedes-Benz-Bank ja auch nicht zentriert, weil es sonst wieder mit dem Sternenkonflikt kommt. Also nee, ich finde es nicht gelungen. Also ich denke auch, man sagt immer, ja, das ist halt scheiße. Aber natürlich die, die bei Jaco das Trikot designen müssen, die kriegen wahrscheinlich auch irgendwie drei, die nach vier Lettern mit Vorgaben muss. Also der Mercedes-Stern auf schwarz, dann bitte die Elemente, dann bitte dies, dann bitte das, dann bitte jenes. Und dann hast du halt so viele Kompromisse, dass dann am Ende irgendwas rauskommt, von dem ich zumindest sage, ich finde es nicht furchtbar, aber es ist für mich das schlechteste Jaco-Trikot bisher. Ja, da gehe ich mit. Also das mit diesem Mercedes-Stern ist für mich auch ein Problem mit, also dass der Stern praktisch schwarz unterlegt ist. Das ist aber die Markensprache von Mercedes. Ja, aber es sieht dann einfach kacke aus, muss ich sagen. Das sieht irgendwie aus wie irgendwie mit Wachsmalkreide gezeichnet. Schau dir das Gladbach-Trikot an, da hast du dich jedes Jahr gefragt, sag mal, habt ihr eine Meise, da steht in Gelb auf diesem grünen Trikot eine Postbank drauf. Das sieht aus wie, als ob jemand einen Vogel drauf geschissen hätte oder so. Also das geht auch gar nicht. Da nimmt man leider Gottes zu selten Rücksicht drauf. Und hier jetzt ja auch mit diesem überprominenten Stern, der war ja nie so prominent abgebildet auf der Brust. Nee, und dann ist er noch immer nach wie vor, auch 2021 noch irgendwie immerhin so 3D-Optik, was ja glaube ich niemand mehr macht. Dann noch mit schwarz unterlegt, dann noch auf dem roten Brustring, also nee. Ich will aber nochmal über diesen wachsenden Stern sprechen. Also das erleben wir ja zum ersten Mal, dass dieser Mercedes-Benz-Stern so prominent auf dem Trikot erscheint. Uns wurde ja früher mal erklärt, dass dieser Stern ja eigentlich gar nicht auf dem Trikot sein dürfte, aus markenrechtlichen Gründen, weil die Mercedes-Benz-Bank den Stern so nicht verwendet, wie der VfB ihn auf dem Trikot verwendet. Und jetzt hast du im Endeffekt einen riesen Stern drauf und man kann sich fast schon vorstellen, wie das Trikot dann irgendwann mal aussehen wird, wenn halt nur noch der Stern drauf ist. Und ich finde, der Stern an und für sich ist ja kein hässliches Element, sondern die Farbkombination passt einfach nicht so richtig zusammen. Also du hast ja dann nochmal diese Farbe mit diesem Silber halt auch noch dazu. Es ist einfach, das sieht aus wie schlecht gephotoshoppt. Also wenn ich das Trikot jetzt hier so vor mir, wenn ich das jetzt hier so einfach so sehe, ich denke die ganze Zeit, da hat sich jemand einen Spaß gemacht mit diesem Stern da in der Mitte. Weil du kannst es doch anders darstellen. Also, aber egal, ich kann damit leben. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt beim dunkelroten Tisch das Trikot auch mal von nahen sehen können und dann war es nicht ganz so schlimm, wie ich es zunächst dachte. Das muss ich schon mal dazu sagen. Ja, das ist immer so. Du siehst halt irgendwelche Bilder und denkst, oh, das ist aber nicht schön. Und dann siehst du halt mal die Spieler damit auflaufen mit ihren Astralkörpern. Dann sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. Aber grundsätzlich, ich finde das jetzt irgendwie vom ästhetischen Gesichtspunkt halt einfach nicht schön, wie du sagst. Irgendwie so ein bisschen nach Photoshop-Philipp aus. Und ja, aber ich glaube, es spiegelt auch so ein bisschen die Entwicklung wieder auf dem Automarkt beim Mercedes oder auch vor allen Dingen dann bei BMW, wo dann die Niere immer größer wird. Wo du denkst, irgendwie in fünf Jahren besteht das ganze Auto aus BMW-Niere halt. Das ist einfach obszön groß. Da muss man sich aber hier auch historisch mit dieser Niere auseinandersetzen und die war früher immer schon so prominent. Die ist nur kleiner geworden über die Jahre. Also ich weiß zum Beispiel jetzt eine andere Marke, Renault. Ich habe im letzten Jahr im Urlaub mal mit einem Renault Twingo von wahrscheinlich Baujahr 2020 neben einem Renault R5 von wahrscheinlich 1980 geparkt. Und das Renault-Zeichen war einfach Faktor 10. Also das machen halt einfach alle Autohersteller, dass das Markenzeichen immer größer wird. Und ich finde, es nimmt halt mittlerweile wirklich so perverse Züge an bei Mercedes, vor allen Dingen bei BMW, bei allen. Und das spiegelt sich auf dem Trikot auch so ein bisschen wieder. Und es sieht für mich so ein bisschen aus wie Eski-Stern. Also die Daimler-Betriebsgruppe spielt dann gegen Bayer Leverkusen. Also ich finde es einfach nicht schön. Ich werde es mir nicht kaufen. Aber das ist ja auch eine ganz andere Sache. Ja, ich wollte eigentlich jetzt noch ausführen, welche Gründe Jako angeführt hat für dieses Design. Denn man möchte mit Rot und Schwarz an die Farben Württembergs erinnern. Federt-Gelb, muss man dazu sagen. Deswegen, es kommt alles irgendwie ein bisschen komisch da. Ja, und vor allem hatte Jako ja auch bisher immer eine ganz gute Story. Da waren die Koordinaten und dies und das. Also da haben wir immer gesagt, hey, das ist geil. Weil genau das Versprechen, was man ja irgendwie oder die Erwartung, die man in Jako hatte, dass man sagt, dass der VfB jetzt halt irgendwie ein großer Partner bei einem kleinen Ausrüster und kein kleiner Fisch bei einem großen Ausrüster wird eingelöst, weil Jako immer eine Idee hatte, wo er sagt, wir machen dies und das. Und der Zipfel an dem Trikot, der ist jetzt genau in der Farbe, weil wir auf einer alten Karte von Cannstatt das gefunden haben und so weiter. Und jetzt sagt man, ja, das sind die Baden-Württemberg-Fahnen. Ich finde es alles ein bisschen dünn. Also ich bin nicht begeistert. Und eine zweite Chance bekommt ihr morgen, das neue Jako-Trikot abzufeiern. Da wird das rote mit Konfetti vorgestellt. Ja, das sah vielversprechend aus, ne? Auch mit Konfetti. Aber ich finde es sehr gut aus. Man sieht ja nur so Snippets halt. Es sieht aus wie ein rotes Trikot mit irgendwie so Störgeräuschen drauf. Ich finde das, glaube ich, relativ praktisch, weil wenn du dann beim Fußballgucken irgendwas isst und ein bisschen Kleck hast, dann fällt das vermutlich nicht auf. Ja, unter diesen Gesichtspunkten kann ich mich vielleicht sogar damit anfreunden. Aber mal gucken, ob es dann ausreicht, um mir mein zweites Trikot in meinem Leben zu kaufen. Ich vermute nicht.